ja muss ich teste das jetzt gerade noch mal hier sag mal was schönes naja danke reicht schon so gut mal checken ja ok ich lass das sein hier mit dem Video das bringt nix mach ich wann anders ja ich möchte Fraps beenden Daisy gibt es ja hoffentlich noch ein bisschen ja es soll ja 2016 erst fertig veröffentlich werden so schließen schließen so dann von mir aus habe ich hier alles laufen ja habe ich ja ich auch dann könnten wir eigentlich loslegen ich gehe einfach spielen guck mal wo ich rauskomme ich auch welche Taste war auf dem Boden liegen Y glaube ich ne weiß ich nicht ich habe eben gerade schon meine Hände auf Q, W, E und R gehabt also äh wie stelle ich nochmal um auf First Person oh mein Gott Enter glaube ich wow also bei mir steht es gerade irgendwie so ein bisschen es leckt gerade ein bisschen und ich sehe da glaube ich einen Zombie ja ich auch okay ich sehe zwei Zombies ich sehe zwei Zombies scheiße mich nicht auf ne Moment mal das ist kein Zombie doch das ist ein Zombie ach du bist das ich licht da auf dem Boden ja ja ich dachte ich wäre das äh äh wenn immer ich hier beim Freezing oh super ich habe den Daisy Ton auf der Dings da auf meinem Namen auf meinen anderen Kopfhörern und dich habe ich hier auf äh den zweiten Kopfhörern das muss ich umstellen im Moment ich höre dich nicht wie ich dich hören will okay also ich kann ihn abschießen wenn du willst so jetzt sollte ich dich ja jetzt höre ich dich wieder ich möchte ihn aber eigentlich ungerne abschießen so jetzt können wir das ganze nochmal probieren einmal frei ähm ich muss auch mal bei mir grad oh scheiße er läuft er bewegt sich ja wo bist du denn ach du stehst noch da oh da vorne ist auf jeden Fall eine Axt also die ganze viele Sachen ja gut ich habe eine Axt dabei ich nicht weißt du man kann die Tür hier zumachen ja ich meine schon machen wir hier mal zum man kann auch glaube ich fuck wer ist das keine Ahnung das ist ein ich meine Männchen bleibt nicht stehen er ist weggerannt nö ich bin hingefallen boah in der knifft ist nichts drin ha 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 aua fuck dann soll ich doch in Ruhe können die klettern weil dann lass ich den Turm hochklettern weiß ich nicht aber einen habe ich der geht ja nicht ich dachte da wäre eine Leiter einen habe ich aber ich kriege gerade mächtig auf die Fresse so jetzt muss ich mich erstmal verbinden ich habe boah ich will noch einen ja ich habe aber keine hast du Rags? ich habe Rags ja ich bin schon dabei ich brauche welche hast du noch welche? ich habe noch welche ja im Moment ich bin ins Inventar ich bin ins Inventar so bitteschön oh man ich habe jede Menge Blut verloren ja ich bin gerade auch hier am oh das passt hier irgendwie nicht ganz von der Auflösung das ist irgendwie links abgeschnitten ein bisschen aber ich scheiß einfach mal drauf so ich mache jetzt hier mal die Tür zu oh 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 gottes so dann lassen wir gerade ähm Video so schließen schließen was habe ich denn da alles dabei? lassen wir gerade synchronisieren ja ist ok fängst du an? ja ich mache runter hoch hallo hoch Runter, hoch Runter, hoch Runter, hoch Wunderbar Alter ey, hier sind ja schon voll die Zombies I want to drink something Wir können ja hier erstmal ein bisschen looten, ne? Gucken was hier so neu Ein Kompass Du könntest auch Hallo sagen Achso Begrüßung machen und so Ich lass das alles drin Ach schön, Outtakes Hallo und herzlich willkommen zurück Zu unserem Let's Play DayZ Ja, äh, hallo Ich hab's total verpennt Ja, ähm Wir wurden hier grad ein bisschen eben überrascht Wie ihr das auch gesehen habt Weil hier überall Zombies rumstanden und reinkamen Und ja, auf jeden Fall Ist hier ganz viel Loot und wir werden Uns das Loot jetzt mal nehmen Hier sind Was ist denn hier mit meiner Maus los? Ich verbinde mal mein Bein Weil mein Mein Kerl hier sagt, er hat Aua im Bein Auf jeden Fall, es gibt Fishing Hooks Das heißt, wir können angehen Ja Oh, zum Eine, das ist Ich hab eine, eine Dingsmaske gefunden Eine, eine Sag, sag an Du weißt, wie es heißt Eine Maske Ja, äh, zum Schweißen Ach, ich auch, ja Eine Schweißmaske Aber die sieht nicht so toll aus Also Gibt, gibt schönere Sachen Ist das hier eine Lampe oder was ist das? Hier liegt auf jeden Fall noch eine Axt Falls du denn eine möchtest Ja, gerne Ich hab nämlich gar keine Und schmeiß mal Wie ins Bekt Mein Gott, was liegt denn hier alles rum? Ja, voll geil, ne? Auf jeden Fall, es gibt wieder ganz viele neue Also es gibt ein neues Update Wahrscheinlich auch zwei Ich weiß es nicht Weil wir haben schon wieder seit tausend Jahren nicht aufgenommen Vielleicht sind es auch zwölf, genau Ey, hier liegt echt sau viel rum Aber nichts wirklich brauchbares Ein paar neue Sachen Was ist das da immer? Ein Zoom Ich hab, da liegt eine Brille Ich hab auch eine Brille mit dünnem Rahmen Kann ich die mitnehmen? Will ich die mitnehmen? Ich nehm... Ich nehm sie mal mit Da unten geht schon wieder die Post ab Bist du nach oben gegangen? Ich bin nach oben gegangen Okay Und da läuft einer Oh, der schießt auf mich Nein, nicht, nicht, nicht Nicht, nicht Da Ein Zombie oder ein Typ? Nein, nein, seit wann schießen denn Zombies? Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht seit dem neuen Update Nee, 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 das war kein Zombie Er hat auf mich geschossen Er hat auf mich geschossen Ich wollte mich entschuldigen, hab ihm den Stinkfinger gezeigt Ich hab auch kein Dings in meiner Waffe, ne? Kein Schuss Ich hab Munition, glaub ich Bei mir macht's nur Klick Aber ich will jetzt nicht raus, um ganz ehrlich zu sein Ich will auch nicht raus Soll ich, ich bleib mal hier sitzen? Nicht solange der Typ da oben ist Da oben oder da unten? Ja, da oben auf dem Dach Ach so, der ist auf dem Dach? Ja, ja Ich dachte, der wäre hier vor der Tür oder so Ja, der Zombie wäre mir egal, aber Der Typ auf dem Dach ist schon Ich hab ein Zombie auf jeden Fall an der Tür Anscheinend können sie aber keine Türen aufmachen Das ist schon mal ganz gut Ich hab Schlüssel gefunden für Handschellen Bravo Achso, ich könnte vielleicht noch Ach, die Axt, die hat... Warte Was ist denn hier los, ey? Ich mach dich kaputt Ich bin extrem hungry Ich könnte noch was trinken, aber ich glaube, das ist verseucht Äh, ich... Mach die Tür zu Ich hätt noch Ja, ne geschlossene Pipsi Leck die mal auf den Boden Da ist er Trink ich die mal Ich trau mich nicht so wirklich da jetzt nochmal nachzusehen, ob der da noch steht Ja gut, aber wenn wir aus dem Gebäude rausgehen, dann sind wir auch... Geschichte Gay-Schüchte Ich geh mal nachsehen vielleicht So Ist er ja schon weg Gucke ich mich hier unten nochmal um, was es hier so schönes gab Auf jeden Fall bin ich sh... shaking Was ist das denn hier? Oh nein! Mein Military Uniform Jacket Autumn Camo is ruined So, ich bin jetzt ganz oben im Turm Aber ich sehe ihn mal nicht auf dem Dach rum spazieren Was ist das denn? Teleskop-Baton Achso, das ist so ein... so ein Hau-Ding Stun-Baton Schlagstock Also ich kann ihn nicht mehr auf dem Dach sehen Ein Walkie-Talkie Entweder ist er weg Oder er lauert auf uns Leather Swing Kit Und... Der Swing Kit kommt handy für patching various Leather clothes and shoes Haha, ich hab mich grad aufs Dach gecheatet Was heißt gecheatet? Ich stand im Turm und äh, gibt's ne Leiter Und äh... Ja, ich stand nah genug dran, dass ich die Aktion machen konnte Von wegen äh, Leiter hochklettern Okay Das hat er jetzt gemacht Jetzt bin ich außerhalb des Gebäudes Oh, hier liegt's Zeug von ihm Ein Dry Bag Das ist wahrscheinlich so ein... so ein... Das ist äh, ein Rucksack mit 28 Plätzen Aber ich kann nix reinmachen Und ich kann auch nix rausnehmen Ach, ich muss mal hier was an meiner... Maus machen Das ist hier grad ein bisschen doof So, jetzt ist glaub ich besser Achso... Ach, deswegen kann ich nix reinmachen Weil? Der schon voll ist Wie, was ist denn da drin? Der ist... da ist drin ein Swing Kit Ein Range Finder Also ein Entfernungsmesser Ein äh... Dietrich Ein Flaschenöffner oder Dosenöffner Und jede Menge Protektor Och, das Ding ist voll bis oben hin Ist der gestorben oder so? Wenn, dann ist er auf dem Dach gestorben Und hat seinen Rucksack ausgezogen Och, da ist eine Pistole drin Alter Magnum Jetzt muss ich grad an Dennis wieder denken Boah, ist da viel Munition drin Magnum Das mach ich aber nicht Oh... Also Nahrung... Ich kann meine ganzen Sachen nicht mitnehmen, die vorher in meinem... Äh... Rucksack drin waren, weil... Ich will das Zeug hier nicht wegwerfen Das ist... das ist zu gut Das ist der Übershit Der Übershit Habe ich Patronen? Was brauchen die Magnum für... Für knifften Dings da? Inspekt 357 Hm, 357 hab ich natürlich nicht dabei Doch, hab ich... Oh! Nein, doch! Oh! So, hier mal Knifter austauschen Und die da dann da reinladen Was ist das denn? Haha, die Magnum ist schon voll Alter! Ich krieg hier gleich einen auf dem Dach Alter Vater, ey Also du solltest vielleicht aufs Dach kommen Ja, du musst mir nur sagen, wie ich da hinkomme Ähm, du gehst in den Turm rein Mhm Und stellst dich Richtung Fenster Welches? Also an der Außenseite vom Turm ist diese Leiter Ja Du stellst dich dann so ans Fenster, dass du die Aktionstaste angezeigt kriegst für Leiter hochklettern Wo ist denn... ist das links-rechts neben dem Fenster? Mh... Warte mal, ich... Also im ersten Stock meinst du? Da ich niemanden sehe, riskiere ich es jetzt nach unten zu klettern Da, warte Ja Ich komm nach oben Naja, ich seh dich grad nach oben kommen So und am Turm, so auf der Rückseite ist nochmal eine Leiter Da häng ich grad dran Und dann kannst du hoch Ah... Und dann am besten direkt auf die Fresse legen Ja, weil da ist man natürlich... Hat gefunden eine Fresse... Y oder X? Äh, Y X ist Knien Hatte ich nicht... Hatte ich nicht... Doch ja, ich hatte irgendwann mal... Ähm... Ein Fernglas Hast du noch was zu fressen? Äh, ja, guck mal In dem Rucksack müssen noch was drin liegen Ich muss mich hier erstmal... hin manövrieren Aber schöne Animationen rückwärts kriechen Hier schon wieder... Ein Zombie Der kommt nicht hier hoch Nee, der nicht Boah Stöckchen hat er... Hier sind auch Hosen, falls du welche brauchen kannst Ach, guck mal hier, er frisst im... 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 liegen Ist, glaub ich, auch neu Aber ist ja auch, äh... realistisch, ne? Also... In so einer Situation würde ich mich garantiert nicht hinstellen zum Essen Was ist das denn, ne? Blue... Ah, so ein Knicklicht Ah ja, richtig, ja, das hatte ich auch mal Und ne Pfanne hatte Ja, was ich nicht alles hab, ne? Kann ich den Rucksack haben? Weil ich hab nur so einen kleinen Pupsrucksack Ja, sicher, nimm dir, ich hab einen 28er jetzt Der vollgestopft ist bis oben hin Und ich hab, im...